Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja, ich heiße Alex. Und du? Alle sind gegen Johanna und mich. Und Johanna verlässt sich auf mich. Wenn ich jetzt hier im Wald bleibe, dann lasse ich sie im Stich. Wer die Geheimnisse des Waldes einem anderen verrät, den schluckt der Wald. Du hast kein Recht, so zu reden. Ich bin der größte Idiot unter Idioten. Was machst du? Oh Gott. Ignaz hat mir immer geholfen. Und wer ist Sebastian? Ich weiß nicht. Ich habe es erfahren, Alex. Ich habe es erfahren, Alex.